Buonasera ragazzi, come state? In diesem Video sprechen wir über das unpersönliche man im Italienischen. Il si impersonale e passivante. Das si impersonale bzw. das si passivante wird ins Deutsche mit man übersetzt. Zum Beispiel so etwas wie das tut man nicht, das darf man nicht, dieses unpersönliche man also. Im Italienischen wird es mit si plus dritte Person Singular oder si plus dritte Person Plural gebildet. Das heißt dieses si heißt in diesem Fall man. Grundsätzlich gibt es drei Fälle. Erstens si plus dritte Person Singular, wenn das folgende Akkusativobjekt im Singular steht. Zum Beispiel in Italia si mangia volontieri la pizza. Also wir haben hier si und mangia, das heißt die dritte Person Singular, weil das folgende Akkusativobjekt, nämlich la pizza, steht im Singular. Ich esse wen oder was die Pizza. Das ist unser Akkusativobjekt. Zweitens si plus dritte Person Plural, wenn das folgende Akkusativobjekt im Plural steht. Zum Beispiel in Italia si mangiano volontieri le pizze. Hier haben wir si und mangiano. Mangiano ist die dritte Person Plural und unser Akkusativobjekt le pizze steht auch im Plural. Und der letzte Fall wäre auch wieder si plus dritte Person Singular, wenn kein Akkusativobjekt verlangt wird. Es gibt ja auch Verben, die verlangen einfach kein Akkusativobjekt. Zum Beispiel beim Verb gehen, andare, kann ich nicht fragen, ich gehe wen oder was. Das funktioniert hier nicht. Das heißt, das Verb andare zum Beispiel verlangt kein Akkusativobjekt. Andere Wörter hingegen schon. Zum Beispiel essen. Mangiare, wie wir eben gesehen haben, da frage ich natürlich, ich esse wen oder was. Wenn aber das Verb eben kein Akkusativobjekt verlangt, eben sowas wie andare, dann hat man einfach si plus dritte Person Singular. Zum Beispiel in Italia si va volontieri al mare. Da haben wir einfach si plus va. Va ist die dritte Person Singular von andare. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, weil wir von si impersonale und si passivante sprechen. Wenn ein Akkusativobjekt vorhanden ist, das heißt in den ersten beiden Fällen, dann spricht man von einem sogenannten si passivante. Wenn kein Akkusativobjekt vorhanden ist, spricht man von einem si impersonale. Ich weiß aber, dass es in vielen Lehrwerken und auch von vielen Lehrerinnen und Lehrern einfach nur si impersonale genannt wird. Oder auch la forma impersonale. Das, was ihr hier seht, wäre halt die korrekte Definition. Nun gibt es noch ein paar Sonderfälle, nämlich si plus dritte Person Singular oder dritte Person Plural bei Modalverben. Das heißt bei dovere, potere und volere. Zum Beispiel in Italia si deve mangiare la pizza. In Italia si devono mangiare gli Spaghetti. Also auch hier gilt im Prinzip dasselbe. La pizza ist unser Akkusativobjekt im Singular. Deswegen haben wir auch si plus dritte Person Singular. Und gli Spaghetti ist unser Akkusativobjekt im Plural. Deswegen haben wir auch hier si devono. Also dritte Person Plural. Dann gibt es noch die reflexiven Verben und hier verwendet man ci si plus dritte Person Singular. Weil, wenn ihr logisch denkt, haben wir bei den reflexiven Verben ja schon immer davor diese Reflexivpronomen. Zum Beispiel mi lavo, ti lavi, si lava und so weiter. Und in der dritten Person Singular haben wir schon ein si. Nämlich zum Beispiel si lava. Er wäscht sich. Und das heißt, wenn wir jetzt auch noch dieses unpersönliche Mann davor hinstellen würden, dann würde es ja heißen si si lava. Und deshalb wird das erste si zu einem ci. Also ci si plus dritte Person Singular. Als Beispiel hätte ich hier in Italia ci si riposa volontieri. In Italien ruht man sich gerne aus. Also bei reflexiven Verben hat man nicht nur das si, sondern ci si. Und dann die dritte Person Singular. Nota bene. Beim si impersonale stehen Adjektive immer im Plural und enden auf i. Wenn ihr eine si impersonale Konstruktion habt und ihr habt dabei irgendein Adjektiv, dann endet dieses Adjektiv immer auf i. Zum Beispiel Wenn man müde ist, geht man ins Bett. Während dem Unterricht muss man aufmerksam sein. So wird man reich. Dieses Adjektiv bezieht sich nämlich auf das man. Man ist müde, man ist aufmerksam, man wird reich. Das heißt, es bezieht sich auf dieses man. Und wenn es sich auf dieses man bezieht, dann endet es einfach auf i. Also beim si impersonale enden Adjektive immer auf i. Wo man dieses si impersonale bzw. si passivante sehr häufig antrifft, wären Zeitungsannonsen. Zum Beispiel si affitta schreibt man in Zeitungsannonsen oft als affittasi, also dass es hinten dran gehängt. Und das heißt dann sowas wie man vermietet oder zu vermieten. Im Plural wäre es si affittano, was auch so viel heißt wie man vermietet oder zu vermieten. Si vende, vende si. Man verkauft oder zu verkaufen. Si verkauft, zu verkaufen. Cercasi, man sucht. Im Sinne von man sucht einen Mitarbeiter im Büro oder so irgendwas. Das lest man wirklich sehr, sehr häufig. Also vielleicht nächstes Mal, wenn ihr in Italien seid und durch die Straßen schlendert, dann schaut mal bei den Häusern. Ganz oft bei solchen Ferienwohnungen oder Ferienhäusern steht vorne ganz dick fett oben, affittasi oder wende si. Adesso tocca avoi. Setzt das unpersönliche Mann im Präsens ein. Also geht noch einmal alles durch, was wir gerade eben besprochen haben, nämlich haben wir ein Akkusativobjekt im Singular, haben wir ein Akkusativobjekt im Plural, haben wir eventuell ein reflexives Verb, haben wir vielleicht gar kein Akkusativobjekt und so weiter. Die Lösungen findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr noch Fragen habt oder etwas unklar ist, könnt ihr gerne einen Kommentar posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao ragazzi! Bis zum nächsten Mal!